Ein herzliches Willkommen zurück zu Fastbear Entertainment Storage. Ja, wir sind bei Nacht 5 und wir haben Puppets. Es regt mich auf, aber wir haben Puppets. So, und das bedeutet jetzt, diese Nacht wird richtig schwer werden. Wir gehen jetzt aber erstmal rein. Ich freue mich nicht, also... Ja, es wird sehr spannend, sehr interessant. So, okay, prima. Gucken wir mal. Ah, ich musste... Okay, wir hören jetzt einmal zu. Gibt aber keiner, ich sehe keiner, Ding zum Aufrunden, okay. Congratulations, ich habe es so weit gemacht. Du hast überrascht die Erwartungen, und du hast sich selbst ermöglicht, um zu sein. Ich habe entschieden, dass es kein Punkt ist in der fortsetzenden Existenz dieser Animatronik. Sie sind außerhalb des Erwachsenen. Es tut mir leid, sie zu so einem maliciousen Wissen zu sehen. Und ich bin sorry, ich habe nicht entschieden, dass ich das erst einmal zu tun habe. Diese Charaktere, die damals so viel zu mir hat, sind jetzt nichts mehr als eine Wunde, die ich verletzt habe. Ja, man muss... Ja, man muss... Das wird interessant, vor allem, weil ich nicht weiß, was jetzt mit Puppet ist. Weil der war auf dem Mainscreen und ich denke mal, dass er da auch drin war. Weil als Mangle da war, kam auch Mangle. Oh, warte, was? Oh nein. Da war... Puppet ist... Das war Puppet. Balloons. Ich weiß leider nicht, was ich bei Puppet machen soll. Oh mein Gott, da... Oh Gott, ich weiß nicht, wie war das denn nochmal in... Also in FNF 2 war es halt die Musikbox, aber... Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? BB? Mangle ist auch bald drin. Das wird jetzt aber richtig... Das wird sauschwer. Das wird richtig interessant. Und stressig, vor allen Dingen. Na, super. Mangle ist in den Lüftungsschächten. Da müssen wir jetzt aufpassen. Bup, bup. Ich habe auch wirklich gemerkt, also das Format kommt aber richtig gut an. Also... Das überrascht mich. Also ich wollte demnächst nochmal mehr FNF Fangames nennen. Das sind dann auch eher die kürzeren Videos. So, dann kommen alle zwei Tage, alle drei Tage, kommt dann so ein längeres Video wie Subnautica, Bilo Zero, so 20... Oder Spider-Man, Miles Morales oder andere Projekte. Wollte mich aber erstmal jetzt auf den beiden beruhen. Die gehen dann so jeweils 20 bis 30 Minuten. Gestern war eine Ausnahme, dann waren es 40 Minuten. Das halt auch dauert immer Arschlange zum Cutten und zum Rendern. Das ist das Problem. Ja, super, Leute, ehrlich. Ich glaube, wir müssen Puppet von den Camps wegjagen. Kann das vielleicht sein, falls wir ihn hier irgendwo sehen, meine ich? Okay, Freddy ist frei. Oh, was? Das ist Puppet? Äh. Nein, oh mein Gott. Ich hätte... Ich war nicht schnell genug. Okay, wir haben noch zwei Fans. Also, da müssen wir wirklich drauf aufpassen. Nein, oh mein Gott. Ich bin so doof. Oh mein Gott. No freaking way. Okay, das war jetzt knapp. Wir bleiben jetzt nur bei... Ach, du Scheiße, ne. Das wird... Alter, Junge. Ich weiß schon, was der Titel von diesem Video wird. Oh. Rex Mangle. Okay, check her. Äh, wir haben... Okay, wir haben 4- Okay, wir haben 4- Okay, das ist geil. Junge. Okay, jetzt sind wir irgendwo Puppets. Aber Mangle. Oh Gott. Wir haben nur noch einen Van. Jetzt weiß ich nicht, ob er noch da oben ist. Ich denke mal, ja. Oh mein Gott. Junge. Alter. Ich bin mal auf den Stuhl gefallen. Fuck. Ah. Junge. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Alter. Ey, wir gehen direkt nochmal rein. Ey, Alter. Ich glaube, ich hab jetzt nicht übersteigt oder so. Das ist jetzt gerade mein altes Mikrofon, weil ich muss bei dem anderen, muss ich das noch montieren auf einem Mikrofon haben. Oh, ich hab mich so erschrocken. Junge. Sag meine Watcher. 150er Puls. Chillig. Junge. Mute. 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 Alter, ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich noch nie so erschrocken. Alter, was ist das für ein Jumpscare gewesen. Junge, der war ja übelst krass. Okay, ja, wir haben ein Problem. Wir müssen, wir müssen, ich hab nicht auf Puppet geachtet. Ich glaube, wir müssen ihn von den Camps wegjagen. Warte, ich hab gerade so einen Schreck. Oh mein Gott. Was ist denn mit denen? Ey, ich hab wirklich ne... Boah. Gerade so Schmerzen. Okay, Mängel. Vielleicht ist hier schon irgendwo Puppet, aber ich glaube nicht, ne? So. Da müssen wir jetzt wirklich drauf achten. Das Problem ist, Mängel, äh. Verdammt. Jetzt muss ich wirklich auch teilweise leise sein, also. Ich hoffe, ich übersehe Puppet bei diesem. Ah, ich glaube, jetzt ist Puppet da, kann das sein. Oh, oh, jetzt ist Mängel es. Komm. Gut. Gut, gut. Okay, wir müssen den Rhythmus beibehalten, quasi. Wenn wir was hören, dann gucken wir da drauf. Okay, ich bin mal leise. Ah, jetzt ist Puppet da. Glaub' ich. Ja, ja, wenn da... Gut. Wenn er gestealt ist, dann können wir hier... Puppen. So machen wir das. Ich glaube, man darf BB nicht anleuchten, kann das sein. Ich glaube, dann kommt Puppet. Ich weiß leider nicht, wie diese Mechanik hier funktioniert. Das ist das Problem. Das ist mein Problem, eher gesagt. Also, ähm... Ja gut, wenigstens haben wir noch, okay. Alter. Das Gefühl, die sind irgendwie... Oh, bäh. Gut, dann gucken wir jetzt mal eben hier. All right. Oh! Oh, nein. Find me. Ja. So, jetzt... Da ist Puppet. Okay. Also, die Reihenfolge... Okay. Okay, jetzt go, go. Jetzt gucken wir wieder nach Puppet. Das ist ein guter Rhythmus. Ja, das ist wirklich ein guter Rhythmus. Ich will den 4-AM. Okay, vier Striche. Oh, oh. Da ist Puppet. Okay, er ist weg. Mangle. Toggle. Genau, wie viel haben wir noch? Vier. Okay, 4-AM. Er ist weg. Ja, natürlich. Wieder da vorne. Nach Puppet gucken. Okay. Der muss doch irgendwo sein. Warte mal. Da. Da ist Puppet. Gut. Chica ist da oben. Da ist Bunny. Okay. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Aber so ein bisschen gerade. Gut. Zwei. Okay, 5-AM. Was ist denn das, Digga? Wie viel? Wie oft? Oh, oh. Der ist direkt da vorne. Nein. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Komm, es ist 5-AM. Nein. Bitte nicht. 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 Bitte. Bitte. Oh, oh. Bitte nicht. Oh mein Gott Oh mein Gott Dankeschön Oh Junge Was, was? Nein, es gibt noch eine sechste Nacht Oh mein Gott Na gut, das war sehr actionreich Ich würde sagen, das war es dann mit dem Video heute Ich hoffe es hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da Schaut doch gerne auf Twitch vorbei Und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder Bei Nacht 6 wieder Bis dahin wünsche ich mir noch einen wunderschönen Resttag Und ciao, ciao